So, die Flugzeuge sind schon da, wir sind da, die Besse ist da aber noch nicht eröffnet, der Platz ist noch leer und wir schauen jetzt heute oder morgen am Donnerstag mal rein, was es da zu sehen gibt und am Freitag geht es dann offiziell los mit der Besse. Ja, da ist der Preview-Day. Jawohl und vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch, wir würden uns freuen. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal mit den Vorerkundungen los. Und es ist richtig angenehm, wir fahren jetzt ein bisschen hier über den Platz und schauen, wenn wir schon mal so alles treffen können. Genau und an den Rhein schauen wir auch noch. Wir sind jetzt schon mal in der Messe drinnen, aber das ist noch alles im Aufbau und wir wollten jetzt erst einmal was in eigener Sache sagen. Wir sind ja vor einem Jahr sind wir hergekommen und da sind wir jetzt auch schon dieses Jahr mehrmals angesprochen worden, weil wir uns da schon verliebt haben. Kommt nicht mehr vor in nächster Zeit. Ja, nein, wir machen nie das gleiche nochmal, ja und das hat sich ja dann im November erledigt und vor zwei Jahren sind wir hergekommen und da waren wir dann enttäuscht von einem anderen Fahrzeug und wir brauchen eigentlich schon dringend ein neues. Dringend ist gar nichts. Irgendwann brauchen wir ein neues. Betonung auf irgendwann. Ja, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, aber wir haben ja nicht so viel ausgestattet, also erst einmal geht es. Und unser Gustl und wir müssen was besseres finden, sonst kaufen wir sonst wo nichts. Genau. So, jetzt wollten wir noch was dazu sagen zu den Meinungen, die wir zu den Fahrzeugen abgeben. Es ist so, wenn ihr Fahrzeuge gelobt haben wollt, egal ob sie gefallen oder nicht, dann müsst ihr euch die Videos von bestimmten Campern anschauen, denn die werden bezahlt dafür, dass sie die Fahrzeuge loben. Wir wollen kein Geld und wir kriegen auch kein Geld, deswegen nehmen wir uns die Freiheit heraus und sagen unsere Meinung. Ja, und das ist ja nur unsere subjektive Meinung. Man nennt das teilweise auch, wenn jemand eine andere Meinung ist, dann nennt man das teilweise auch Meinungsfreiheit oder man nennt es auch Demokratie, ja, dass jeder seine Meinung haben darf. Und es ist auch vollkommen okay, ihr dürft keine andere Meinung haben als wir. Nur wenn ihr uns beschimpft, das wollen wir nicht. Also dann löschen wir einfach den Kommentar, das könnt ihr euch also ersparen. Wir werden weiterhin die Fahrzeuge kritisch unter die Lupe nehmen, sagen das, was uns gefällt. Ja, eben, das ist ja aus unserem Gesichtspunkt, weil wir auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug eventuell sind und dann sagen wir einfach, das gefällt uns oder das gefällt uns nicht. Diese Freiheit nehmen wir uns, diese Freiheit haben wir und diese Freiheit dürfen wir auch haben. So, und jetzt hast du aber genug gelabert, jetzt gucken wir uns ein bisschen um. Jetzt geht's los. Wir haben schon ein paar Firmen im Auge, wo wir uns dieses Jahr die Fahrzeuge anschauen wollen. Mal schauen, was wir jetzt hier auf der Messe alles finden und die nächsten Tage gehen wir dann vor der Messeöffnung rein, dann haben wir Platz und Zeit uns in den Fahrzeugen genau umzusehen, ohne dass wir andere Besucher stören. Genau, so machen wir das dieses Jahr. Also, Hecksitzgruppe ist natürlich eine ganz besondere Sache und vor allen Dingen extrem gemütlich und wir stehen jetzt hier bei Detlefs und da wollen wir uns mal den Alba 6820 anschauen. Ja, aber das kommt in einem separaten Video. Ja. Ein ganzes Jahr bin ich jetzt geschimpft worden. Die Ussi hat gesagt, da waren Chinesen auch auf dem Caravan Salon und ich habe ihr das nicht gesagt. Jetzt sind wir natürlich gleich, wir gehen ja planmäßig vor von der Halle 6 in die Halle 11 laufen, ja, und zu den Chinesen hin und sie sind da jetzt die Chinesen nicht da. Ja, ihr kennt das ja mit einer Pakete aus China, die sind alle verspätet, ja? Nein, das stimmt jetzt nicht so ganz, was du gesagt hast. Ich wusste ja, wir haben uns auch schon mal ein Chinesen Fahrzeug angeschaut und mir hat dann gefallen, dass da überall Waschmaschinen waren, aber die sollen sich ja jetzt, sollen ja auch schon wieder besser worden sein und deshalb wollte man sie uns auch anschauen. Aber es ist kein Fahrzeug da? Noch nicht, kommt bestimmt noch und dann werden wir sie auf jeden Fall anschauen. Wir sind ja ein paar Tage auf der Mission, dann schauen wir da auf jeden Fall auch vorbei und zeigen euch das natürlich. Noch im Aufbau, aber wir schauen schon mal rein. Das sind auch so Kandidaten für uns, Eura, eigentlich eine gute Marke und auch schöne mobile Stellen, dieses Jahr habe ich gehört, sich habe ich informiert, einen Mercedes, einen vollintegrierten Timeless hervor und da schauen wir natürlich auch einmal rein, ob da was dabei ist und was ins Auge gefasst werden könnte. Da steht er, Eura auf Mercedes. Da schauen wir jetzt gleich einmal rein. Alle Spanienreisende kennen diese Marke. Penis Cola. Papst. Gegenpapst. Haben wir ein interessantes Video zur Historie gemacht von Penis Cola und da kommt die Marke Penima her, aber uns interessiert mehr der Gegenpapst und Penis Cola und die Geschichte als die Wohnmobile, die dort hergestellt werden. Deswegen sagen wir einfach Grüß Gott und schöne Grüße nach Penis Cola und wir gehen weiter und ihr könnt euch auch einmal das Video anschauen, wenn ihr wollt. Eigewerbung nennt man sowas. Ja klar, muss auch sein. Wer nicht wirbt, stirbt. Vor dem Fahrzeug waren wir schon zweimal gestanden, von dem Atria. Und zwar haben wir eins auf die Mütze gekriegt. Jetzt gehen wir kein drittes Mal mehr rein. Wir wünschen trotzdem allen Atria-Fahrern gute Fahrt und viel Spaß mit ihrem Fahrzeug, auch wenn wir nicht ganz so positiv darüber berichtet haben. So hat halt jeder sein eigenes. Geschmäcker sind unterschiedlich und man nennt sowas Meinungsfreiheit oder individuelle Vorlieben. So, jeder hat seine andere Vorliebe. Eben und wir gehen nicht mehr rein. Keine Sorge. Eine Marke, die uns auch nicht loslässt. Mich nicht loslässt. Die Aussi legt da nicht viel Wert drauf. Mir gefällt die Autos einfach und die sind komfortabel und groß. Und da liegt auch schon der Unterschied. Über drei Meter wollen wir ja eigentlich nicht gehen. Aber wir schauen uns trotzdem eine Morello vermutlich an. Ja. Wie ist die Zeit erlaubt? Ja, also im Moment stehen noch nicht alle da. Und ich glaube, der ist auch noch nicht da. Wir werden aber am Ball bleiben. Genau. Wir schauen auf jeden Fall bei Morello mal vorbei. Nichts für uns. Auch nichts für uns. Eine Kategorie zu hoch oder mehrere. Wir kennen die Preise mittlerweile. Muss nicht sein. Nicht für uns ein Geld voll. Ah ja, unhausholend. Muss nicht sein. Zu groß und zu teuer. So, nachdem wir schon gesagt haben, wo wir überall nichts hinwollen. Sagen wir, dass wir auch hier nochmal her wollen. Zunächst mal nur Bischof. Die haben einen neuen Ato. Und dann haben sie nochmal einen etwas tieferen vorgestellt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Macht aber auch nichts. Denn wir machen da ein separates Video davon. Und dieses Jahr sind wir schlauer. Da gehen wir nicht mehr her, wenn die Messe geöffnet ist. Weil dann ist man den Bischof total überlagert. Dann gehen wir dann vor der Öffnungszeit her. Da müssen wir früh aufstehen. Sehr früh sogar. Man kommt immer wieder aufs Bewährte zurück. Wir haben zwar 2017, wie wir damals unser Fahrzeug übernommen haben, sehr gehadert mit der Firma Hümer. Weil wir gedacht haben, dass die unsere Probleme nicht in den Griff kriegen. Heute wissen wir, nachdem wir viele Probleme von anderen Fahrzeugherstellern kennen, wissen wir, dass wir eigentlich so gut wie gar keinen Mangel gehabt haben. Ja, lauter Problemchen. Und jetzt, das müssen wir mal ganz klar sagen, nachdem unser Fahrzeug mit der Garantie vorbei war, nach zwei Jahren kam nichts mehr gravierendes, wo man sagen kann, da hätten wir einen Mangel. Und da gibt es andere Hersteller, namhafte Hersteller, wo viele Leute uns noch schreiben, dass sie nach drei, vier, fünf Jahren riesen Probleme haben. Das können wir von Hümer nicht sagen. Und deswegen ist uns auch Hümer eine Fahrzeugbesichtigung wert. Auf jeden Fall. So, das war unser erster Messebesuch. Und das war unser Plan, oder das ist unser Plan für den Caravan Salon 2024. Wobei es können natürlich schon auch noch irgendwelche Fahrzeuge vielleicht gezeigt werden, die wir jetzt nicht in unserem Video gesagt haben. Wir gehen natürlich auch in die Zubehörhalle. Da werden wir sicherlich auch was machen. Ja, nicht nur in die Zubehörhalle. Es gibt ja noch genügend andere Fahrzeuge. Und vielleicht sehen wir das ein oder andere noch, was vielleicht jetzt nicht nur für uns, sondern auch für euch nur interessant sein könnte. Genau. Jetzt kommt der nächste Flieger, jetzt müssen wir Schluss machen. Also bis demnächst, Videos bei uns und schöne Messeaufenthalt. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020